Hallo Onkel Robert. Tilda, da bist du ja schon, ne? Bist gut angekommen? Ja. Perfekt. Das Bockhaus Mobilitätsfest? Yes. Komm, auf geht's. Ah, ich freu mich schon den ganzen Tag drauf. Weißt du eigentlich, was das hier ist? Nein. Das hier ist der neue Mobilpunkt. Ich hab mir da zu Hause mal ein paar Fakten dazu aufgeschrieben. Mobilpunkte bündeln nämlich attraktive Mobilitätsangebote an einem Ort. Hier gibt's zum Beispiel Platz zum sicheren Abstellen von Fahr- und Lastenrädern. Es gibt eine Fahrradservicestation. Wenn dein Fahrrad mal kaputt ist, kannst du das da reparieren. Es gibt hier Stellplätze für Carsharing-Autos mit öffentlichen, barrierefreien Ladesäulen und, da vorne, meine geliebte Sprottenflotte und E-Scooter kann man da auch abstellen. Das ist gut. Das ist mega, oder? Ich bin begeistert. Komm, wir gehen aufs Fest. Pass auf, wir schließen deinen Roller kurz an und dann geht's ab. Gut. Auf geht's. Parcours. Ganz schön mobil, was? Guck mal hier, da ist die E-Fähre. Bin ich schon selber gefahren. Cool. Guck mal, da ist das Mobilitätsfest. Das Mobilitätsfest. Komm, auf geht's. Mobilität. Tilda, was geht mit dir, ey? Stabil. Guck mal hier, E-Fahrräder. Da sind Trampoline und eine Kletterwand. Und. Tilda, ich dreh durch. Und da hast du die Hüpfel. Ah! Das war anstrengend, Tilda. Pass auf, ich hab noch eine Frage mitgebracht. Wie bewegst du dich fort? Also in Kiel eigentlich mit Fahrrad, zu Fuß und mit Roller. Mhm. Aber im Urlaub jetzt eigentlich immer mit Auto. Und nutzt du auch manchmal den Bus oder die E-Fähre in Kiel? Also E-Fähre mit unseren Freunden, wenn wir einen Ausdruck machen. E-Fähre, Beste. Und, ähm, Bus auch manchmal mit Klassenausstücken und so. Komm, wir springen noch eine Runde. Woo! Oh, guck mal hier. Der Rikscha-Service. Setz dich mal rein. Oh! Gefahr. Ich bin schon mit meinem Papa gefahren. Hab mich eine Staffel durch die Stadt gemacht. Krieg ich eine Ärger. Fahren wir jetzt? Da war ich nicht drauf vorbereitet. Anstrahlen. Ah! Gesehen, wie ich den Ball versenkt hab? Yes. Teda? Bock auf Kinder schminken? Ja. Komm, auf geht's. Ha! Perfekt. Pass auf, bevor es losgeht. Eine Frage noch. Wie bewegst du dich mit deinen Eltern fort? Mit Auto, mit Fahrrad und noch Fuß. Und nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nicht so häufig. Da könnte der Papa aber noch mal was optimieren. Okay, pass auf, bist du bereit? Ja. So. Perfekt. Ein Detail noch. Hatten möchte den Parlament gestellt werden. War der Beste nicht zur Verfügung. Wie oft ist immer neben der Fahrrad hier? Wollt ihr simplät her? Nein, ich habe mich einfach gesehen. Zurück advisungen vor dem Koenken. Ich habe mich wirklich ab làm Schlicke auf Sch nie.